Wir kommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight Basic Survivor. Heute haben wir Ada Wong am Start. Sie kam mit dem Resident Evil Project WDLC. Manchmal ist es besser, nicht zu viel zu verraten. Und niemand weiß das besser als Ada Wong. Die Überlebenstricks der geschickten und rätselhaften Ada machen sie zu einer wertvollen Verbündeten, solange sie dieselben Ziele verfolgt wie du. So, ihre Geschichte. Ada Wong war ein einziges Rätsel. Ihre Vorgeschichte, ihre Nationalität, ihre Loyalität, ihre Beweggründe, selbst ihr richtiger Name. War sie eine Unternehmensspionin, die gegen die Ambuella Corporation arbeitete? Hielt sie All but Resca die Treue oder war sie eine Doppelagentin? Ganz eindeutig war sie zur Attentäterin ausgebildet worden, eine Waffenexperte mit einer umfassenden Ausbildung in Kampfsportarten. Bei ihren Nachforschungen zu Los Illuminados wurde sie gefangen genommen und bei einem Opferritual beinahe getötet. Schließlich entkam sie aber und wurde nie wieder gesehen. Ein weiteres Rätsel. So, dann hat sie auch drei einzigartige Talente. Verwanzen. Wenn du Fortschritte bei der Generatorenreparatur gemacht hast, kannst du eine Spionagewanze anbringen, die für gewisse Zeit aktiv bleibt. Wenn sich der Killer einem verwandten Generator nähert, wird seine Aura für alle Überlebenden sichtbar. Reaktive Heilung. Wenn du verletzt bist, erhältst du sofort einen Bonus für deinen Heilungsfortschritt, wenn der Killer einen anderen Überlebenden in deiner Nähe verletzt. Unauffällig. Sobald du der letzte Überlebende bist, werden deine Krattspuren, Blutfützen und Schmerzlaute vorübergehend unterdrückt. So, dann gucken wir wie immer. Und wenn ein anderer Überlebender in einem Umkreis von 32 Metern verletzt wird, heilen wir sofort um 50%. Dann für 90 Sekunden sind unsere Krattspuren, Blutfützen und Schmerzlaute verborgen. Und wenn sich der Killer dem Generator 14 Meter nähert, sehen wir die Aura des Killers. Hören wir, wenn der Generator von Klappe schädigt wurde oder der Timer abläuft. Okay. Gut, das heißt, wir müssten den Generator 50% reparieren, damit wir das dann nutzen können. So, dann nehmen wir wieder eine Werkzeugkiste mit. Die hat uns ja eben in der Folge mit Heidi relativ viel Glück gebracht. Zumindest hat sie relativ gut mitgeholfen. So, wir nähern uns auch schon langsam, ganz langsam dem Ende zu. Ach, schade, ey. Wir hätten eventuell doch nochmal bei dem Generator mithelfen sollen. Wegen dem Skillcheck, da hätten wir jetzt eine andere Aufgabe wählen können. Aber es ist nicht schlimm. Dann müssen wir halt mit Ada das fertig bekommen. So, bei den Überlebenden weiß ich gar nicht. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Überlebende. Mit Ada zusammen sind es 9. Und noch 3 Basic-Killer. Na ja, gut, da werden wir ja dann sehen, wie lange wir das brauchen. Ich glaube, das kriegen wir relativ schnell hin, weil ich ja 2 Folgen am Tag von den Basic-Leuten bringe. Und deswegen sollte das eigentlich auch gar nicht so lange dauern. So, mal gucken, wie lange es jetzt noch dauert, bis die Leute bereit sind, dass wir die Runde anfangen. Schauen wir mal. 10 Sekunden sind es noch. Das ist gar nicht so schlecht. Sollte jetzt auch gar nicht so lange dauern. So, wir haben 2 Leute mit der Taschenlampe dabei. Wenn ich sowas sehe, bin ich immer so gespeitener Meinung, ob entweder wird die Runde was und wir können relativ gut entkommen oder die Runde wird nichts, weil die versuchten Piene dran zu blenden und sich dann halt am Haken sterben lassen und, 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 oder halt einfach getunnet werden vom Killer und so. Was ich persönlich auch ganz gut nachvollziehen kann, weil es gibt schon einen Grund, warum die meisten Killer aus der Lobby rausgehen, wenn Leute mit der Taschenlampe drin sind. Also, ich hatte das persönlich auch schon ganz oft, dass ich dann gesagt habe, nö, ich geh wieder. Woher manche Überlebende echt Piene dran versuchen zu blenden, dass du dich auf deren Jagd einlässt, dich da hinzulocken, wo, ähm, Paletten sind, und, und, und. Und als Killer macht das dann auch nicht gerade sonderlich viel Spaß. Aber ich finde sie, ups. Aber ich finde sie halt echt, also Ada ist auch so eine Survivorin, und wir haben Shaki. Ada ist auch echt so eine Survivorin, die ich echt cool finde, und auch voll mag. Auch von ihrem Outfit her und so, finde ich sie schlecht. Ja, naja, kriegt uns, oder? Natürlich! Ah, Mist! Verpiss dich! Okay, mach die Palette kaputt. Nein, ich hab festgehangen! Ich hab schon wieder festgehangen! Oh! Oh! Oh, da ist er einfach durch die andere Palette. Ich hab ihn jetzt wirklich gar nicht gesehen, weil er ist halt wirklich, er ist so ein kleiner Killer, den nimmt man nicht richtig für voll. Geh doch einfach weg, du merkst, es bringt nichts, ihn zu blenden. Okay, du bist am Arsch. Ja, danke schön. Ist er jetzt campy hier? Na gut, da hat er die andere noch gesehen, ne? Okay, er geht da lang. Jetzt kommt uns jemand retten. Die Nia kommt uns retten, okay. Jo, er ist, er hat gecamt, er hat gecamt. So ein Arsch. Aber er jagt uns nicht hinterher. Irgendwo war ein Generator fast fertig. Ich find, sie läuft ein bisschen komisch, hört sich ab und zu an wie ein Pferd. Ja, warte mal, kann ich mich heilen? Nee. Ich dachte grad, dass ich mich heilen kann. Warum auch immer. Aber dann setzen wir uns halt verletzt an den Generator. Der erste ist auch gleich durch. Wir können auch gleich dieses Teilen Notfalls benutzen, wenn wir das wollen. So. Und damit ist die Werkzeugkiste auch aufgebraucht. Ich glaube, hätten wir, ähm, öfter mal den großartigen Fähigkeit-Check geschafft, dann hätten wir bestimmt den Generator damit fertig bekommen. Oh nein. Warte, jetzt könnten wir hier. Okay, jetzt hab ich Spionage-Dingsbums angemacht. Ich hab Herzschlag, ich geh in den Schrank. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir werden... Ey, Nia! Ja, heile mich bitte zuerst, bitte. Wurde die Falle jetzt ausgelöst, oder? Ich weiß es nicht. Die Falle jetzt ausgelöst wurde, oder ob, ähm, es einfach abgelaufen ist. Ja, okay, er hat sie kaputt gemacht. Krass, ich hab ihn aber nicht gesehen. Schade eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass ich ihn sehen kann, aber kann auch sein, dass er in seinem versteckten Modus drin war. Da sieht man die Killer ja dann eh nicht. Okay, das Problem ist nur, soweit wie ich das jetzt mitbekommen habe, sind die einzigen Generatoren, die an sind, hier unten die, und das ist nicht gut. Ähm, danke. Danke. Okay. Gut, dann versuche ich sie jetzt zu holen. Nein, ich höre die Punkte. Okay. Okay, und ganz schnell weg. Gut, ich verstecke mich hier, ich weiß nicht, ob er uns sieht. Ich glaube, er kann uns von hier aus sehen. Hier ist kein Generator. Und auch kein Totem, ne? Manchmal sind ja hier in diesen Dingern auch Totem ist versteckt. Er hat die Nia, wo ist Nia hingerannt? War die nicht bei uns in der Nähe? Ja, sie war bei uns in der Nähe. Oder ist sie unten? Ich höre das schlecht. Ich glaube, sie ist unten. Hm. Ja, gut. Gucken wir mal, ob wir hier unten, äh, hier oben zumindest, Ah, da ist ein Generator, okay. Gut, Max sitzt an dem Gen und wir sitzen jetzt mit Renato an dem Generator. Wir könnten die Runde echt hinbekommen. Es waren bisher, also es waren alle bisher erst einmal am Haken. Ich versuche gerade mal ein bisschen zu hören. Okay, dann gehe ich schon mal Nia retten. Oder Nia wurde schon gerettet, okay. hier ist irgendwo noch ein Generator, der... Okay, der hier wurde kaputt gemacht. Gut, dann setzen wir uns jetzt an den Gen hier wieder ran, der kaputt gegangen ist. Der ist zwar noch nicht weit, aber... Kriegen wir schon noch. Ähm, was ich mir immer denke, wegen der Werkzeugkiste jetzt zum Beispiel, hätten wir die auch echt gut gebrauchen können. Aber dann wiederum denke ich mir halt so, ja, lieber am Anfang mit verbrauchen als am Ende. Aber ansonsten, ja, hätte man die sich eventuell auch am für's Ende aufheben können. Oh, Nia hat einen Strike dabei. So, unser Generator, der ist ja gleich fertig. Dann gehe ich schon mal nach unten zum Ausgang, dass ich den gleich aufmachen kann. Jawohl. Oh, er hat nöt. Scheiße. Verdammt. Nein, Mann. Das ist es jetzt halt. Uh, schnell in den Schrank. So ist er. Mist, er hat Make-up bekommen. Scheiße, Mann. Das ist jetzt halt wieder das, wo ich mir jetzt so denke, ja, gehe ich jetzt retten, versuche ich irgendwie noch was zu reißen. Aber er hat halt Nöt dabei, also viel reißen können wir da eh nicht. Er wird jetzt halt auch definitiv hier den Ausgang abcampen. Ich höre ihn nicht. Aber ich höre die ganze kleine Schritte. Okay, pass auf, ich mache jetzt den Ausgang hier auf. dann holen wir sie. Und ich gehe hier in den Schrank. Mech kann auf jeden Fall raus. Sie hat gedienter Zeit, die kann jetzt rausrennen. Renato ist raus. Ich muss es versuchen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch hier ist. Okay, Nia ist raus. Das heißt, wir können jetzt auch raus. Oh, das war jetzt echt gut, dass er am Ende wirklich weggegangen ist. Somit haben wir es alle rausgeschafft. Das ist echt top. Wir haben auch einen Pip bekommen. Ach, schade, hätte er uns nicht aufgehangen. Hätten wir einen Doppelpip gehabt. Egal. So, gute Intervention habe ich, äh, davon habe ich jetzt nichts mitbekommen. Pop goes to Weasel. Keine Versteckmöglichkeiten und Nödheit ganz einfach. Okay. Aufgabe haben wir auch fertig. Und damit war es es auch mit Ada Wong. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr Ada Wong gut findet, wie ihr sie findet. Ich finde sie nicht schlecht. Ihre Perks, ja, ihre Perks, ähm, ist jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich sagen würde, äh, ja, die nehme ich jetzt immer mit und so. Außer, ähm, den hier, den finde ich nicht schlecht. Und ansonsten, die restlichen sind jetzt eher nicht so mein Fall. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Okay. Vielen Dank.